Wenn Sie ein Lebensretter sind, dann sind Sie immer bereit. Und wenn Ihre Geräte genauso bereit sind wie Sie, dann verlieren Sie keine Zeit. Zoll Defibrillator Dashboard ist ein System zur Verwaltung des Gerätebestands, das die Einsatzbereitschaft all Ihrer Defibrillatoren überwacht. Egal ob Sie in ein und derselben Einrichtung oder über eine ganze Stadt hinweg verteilt sind. Zollgeräte führen einen umfassenden Selbsttest mit verschiedenen individuellen Indikatoren der Einsatzbereitschaft durch. Dank der Zeitsynchronisationsfunktion von Defibrillator Dashboard wird selbst die Uhrenumstellung zweimal im Jahr automatisch durchgeführt. Mit sofort vorliegenden Daten bleiben Sie in Bereitschaft und müssen weniger Zeit für die Überprüfung Ihrer Defibrillatoren aufwenden, sodass mehr Zeit für die Versorgung von Patienten bleibt. Wenn Sie ein Leben retten, hilft Ihnen Rescuenet Code Writer, sich ganz auf die Person zu konzentrieren, die sich auf Sie verlässt. Und Sie können sicher sein, dass kritische Informationen unverzüglich und präzise auf Ihrem Mobilgerät aufgezeichnet werden. Durch die umfassende und exakte Aufzeichnung jedes Ereignisses gehen keine Informationen verloren. Eine intuitive Scan-Funktion ermöglicht parallel das Scannen des Defibrillator-Barcodes und das Importieren der Gerätedaten, was zu einem einheitlichen Zeitstrahl führt. Nachdem die Falldatei in Rescuenet Code Writer abgeschlossen worden ist, ist sie für das Krankenhauspersonal direkt verfügbar. Dabei wird ein einzelner integrierter Datensatz erstellt, der auf jedem internetfähigen Gerät mit Rescuenet Case Review einsehbar ist und einen vollständigen Datensatz des Ereignisses enthält. Rescuenet Case Review ermöglicht eine sichere cloudbasierte Überprüfung der Daten einer Reanimation. Sie können Notfalldaten erfassen, zusammenstellen und verwalten, um die Genauigkeit zu verbessern und die Nachbesprechung zu vereinfachen. Um die Sicherheit sensible Patientendaten zu gewährleisten, können Daten in der Cloud oder auf dem Krankenhausserver gespeichert werden. Da kein manueller Datentransfer erforderlich ist, kann das Krankenhauspersonal die Falldatei sofort einsehen und das Notfallteam kann sich für den nächsten Einsatz bereit machen. Sie können krankenhausweit abrufbare Berichte erstellen und Fragen beantworten, mit denen Sie datengesteuerte Vorgehensweisen entwickeln können, um die Reanimation zu verbessern und mehr Leben zu retten. Und das Notfallteam kann seine Leistung im Detail prüfen, Informationen auswerten und Notfallreaktionen und Ergebnisse verbessern. Nie war es einfacher, Indikatoren zur Verbesserung der Leistung zu identifizieren und mehr Leben zu retten. Zoll – Daten für bessere Ergebnisse.